Die Legende der Bestie von Gévaudan Fakten und Mythen Die Bestie von Gévaudan ist ein Mythos, der Realität und Legende verschmelzen lässt. Im 18. Jahrhundert versetzte ein mysteriöses Raubtier die französische Provinz Gévaudan in Angst und Schrecken. Die Geschichte der Bestie ist von ungelösten Rätseln und Spekulationen umgeben. Die Pfarrregister der Zeit bieten einen einzigartigen Einblick in die Tragödie. Sie verzeichnen die Namen der Opfer, die durch die Bestie ihr Leben ließen. Diese stummen Zeugen ermöglichen es, das Ausmaß des Schreckens zu ermessen und geben den Opfern eine Stimme. Der Briefverkehr zwischen den Polizeibehörden in Clermont und Montpellier beleuchtet die koordinierten Bemühungen, der Bestie Einhalt zu gebieten. Die Korrespondenz zeigt, wie intensiv die Suche nach einer Lösung war und spiegelt die Verzweiflung und die Hoffnungen der Zeit wider. Königliche Treibjagden wurden als Antwort auf die wachsende Bedrohung organisiert. Berichte über diese Jagden zeugen von der Entschlossenheit, aber auch von der Frustration, die Bestie nicht fassen zu können. Diese groß angelegten Operationen verdeutlichen den Ernst der Lage. Die Geschichten der Überlebenden mischen persönliches Leid mit Volksglauben. Ihre Erzählungen sind geprägt von Angst und dem Unverständnis gegenüber dem, was sie erlebt haben. Diese persönlichen Schicksale bieten einen tiefen Einblick in die emotionale Landschaft einer Region im Griff der Bestie. Hier einmal die Beschreibung von den Zeitzeugen. Die Größe, Aussehen und Verhalten der Bestie ist eine Fülle von Details überliefert. Die Größe des Tieres wurde oft mit der eines einjährigen Rindes verglichen. Der Körper der Bestie war vorn massiger als hinten. Ihre Kopfoberseite war flach. Das Tier hatte oberseits rötliches, unterseits weißliches Fell an den Flankenflecken und entlang der Wirbelsäule einen dunklen Streifen. Das Fell am Vorderkörper war lang. Die Bestie trug an Hinterkopf und Nacken einen Haarschopf. Das Schwanzende war auffallend dick. Die Berichterstattung über die Bestie von Gévaudan in der damaligen Presse war ein Spiegelbild der wachsenden öffentlichen Faszination und des Schreckens. Zeitungen verbreiteten Nachrichten und Gerüchte, die sowohl Angst schürten als auch den Mythos der Bestie näherten. Manche Berichte waren sachlich, andere wiederum stark übertrieben, was die Grenzen zwischen Realität und Volksglauben weiter verwischte. Jagdmethoden und Strategien gegen die Bestie variierten von konventionell bis außergewöhnlich. Einige Jäger setzten auf die Erfahrung und Kenntnisse lokaler Bauern, während andere auf Fallen, Gift und groß angelegte Treibjagden vertrauten. Die Vielfalt der Methoden zeigte die Verzweiflung und den Einfallsreichtum der Menschen im Kampf gegen das Unbekannte. Die Kirche spielte eine zentrale Rolle in der Interpretation der Ereignisse um die Bestie. Priester deuteten die Angriffe als göttliche Strafen oder als Werk des Teufels. Diese religiösen Interpretationen beeinflussten stark die Wahrnehmung der Bestie und boten den Menschen einen geistigen Rahmen, um das Geschehene zu verarbeiten. Augenzeugenberichte lieferten oft dramatische und detaillierte Beschreibungen der Bestie, die von einem riesigen, wolfähnlichen Tier bis hin zu einem Wesen mit übernatürlichen Fähigkeiten reichten. Diese persönlichen Erzählungen trugen wesentlich zum mystischen Image der Bestie B.I. und verstärkten die Angst in der Bevölkerung. Wissenschaftliche Erklärungsversuche für die Angriffe reichten von der Theorie aggressiver Wölfe bis hin zu spekulativen Annahmen über Hybriden oder unbekannte Raubtiere. Trotz aller Bemühungen blieben viele Fragen ungeklärt, was die Tür zu übernatürlichen Theorien und Spekulationen weit offen ließ. Die Bestie von Gévaudan hat über die Jahrhunderte hinweg die Populärkultur maßgeblich beeinflusst. So inspirierte das mysteriöse Wesen zahlreiche Filmemacher und Autoren, die in ihren Werken versuchten, die Geschichte neu zu interpretieren oder das Ungeheuer in fiktive Szenarien einzubetten. Diese künstlerischen Darstellungen trugen dazu B.I., die Legende am Leben zu erhalten und sie einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Die politische Dimension der Bestie offenbart, wie stark das Phänomen nicht nur die lokale Bevölkerung, sondern auch die Autoritäten herausforderte. Die Unfähigkeit, das Ungeheuer zu fassen, führte zu öffentlicher Kritik an der Effektivität und Kompetenz der damaligen Machthaber. Dies verstärkte das Misstrauen der Bevölkerung gegenüber der Obrigkeit und zeigte die Grenzen der staatlichen Macht auf. Gévaudan, als Schauplatz der Ereignisse, spielte eine entscheidende Rolle in der Geschichte der Bestie. Die abgelegene und raue Landschaft bot dem Ungeheuer ideale Bedingungen, um unentdeckt zu bleiben und seine Angriffe fortzusetzen. Die geografischen und sozialen Faktoren der Region beeinflussten die Jagdmethoden und die Interaktionen zwischen den Einheimischen und den Jägern erheblich. Die Opfer der Bestie von Gévaudan waren nicht nur Zahlen in den Chroniken der Geschichte. Ihre Demografie und die gesellschaftlichen Auswirkungen ihrer Tode beleuchten die Tragödie auf einer persönlichen Ebene. Die Verluste erschütterten die Gemeinschaften und hinterließen eine tiefe Trauer, die die Erzählungen über die Bestie bis heute prägt. Die Jäger, die sich der Bestie von Gévaudan entgegenstellten, waren mutige Männer und Frauen, deren Geschichten oft von Heldentum und Tragödie erzählen. Ihre Porträts zeigen eine bunte Mischung aus lokalen Bauern, erfahrenen Jägern und adeligen Abenteurern, die alle das gleiche Ziel verfolgten. Das Ende der Bestie. Ihre Bemühungen und Opfer sind ein wesentlicher Bestandteil der Legende, die bis in die heutige Zeit nachwirkt. Die letzte Jagd markierte das dramatische Ende der Bestie von Gévaudan. Trotz vieler Kontroversen um die Identität des erlegten Tieres herrschte in der Bevölkerung eine spürbare Erleichterung. Der Mythos um die Bestie wurde dadurch nur noch vergrößert. Nach dem Tod der Bestie wandelte sich das Gedenken in der Region. Den Opfern wurden Denkmäler gewidmet und die Erzählungen über die Jagden und Begegnungen mit der Bestie wurden Teil der lokalen Folklore, die bis heute weiterlebt. Die Quellen, die über die Bestie von Gévaudan berichten, sind ein Mix aus Fakten und Fiktion. Eine kritische Analyse zeigt, wie Legendenbildung oft auf wenigen konkreten Fakten basiert und durch Erzählungen und Zeitungsberichte ausgeschmückt wurde. Ähnliche Phänomene wie die Bestie von Gévaudan finden sich auch in anderen Regionen. Doch keine hat eine solche Faszination und langanhaltende Wirkung entfaltet wie die Geschichten aus Gévaudan. Sie regen zum Vergleich und zur Reflexion über das Wesen von Legenden an. Die Angst vor der Bestie und die Faszination für ihre Geschichte prägten die Psyche der Region Gévaudan nachhaltig. Dies zeigt, wie tiefgreifend der Einfluss solcher Mythen auf die kollektive Erinnerung und das regionale Selbstverständnis sein kann. Die Bestie von Gévaudan regt bis heute die wissenschaftliche Neugier an. Zoologen versuchen, das Wesen mit bekannten Tieren zu vergleichen, wobei Spekulationen von einem riesigen Wolf bis hin zu unbekannten Spezies reichen. Trotz moderner Analysemethoden bleibt die wahre Natur der Bestie ein Mysterium, das Fachleute fasziniert und herausfordert. Die Legende der Bestie von Gévaudan überdauert Jahrhunderte und verwandelt sich in eine unsterbliche Erzählung. Sie lebt in Büchern, Filmen und der kollektiven Vorstellung weiter und beweist, dass Geschichten über das Unbekannte und Unheimliche eine tiefe Resonanz in der menschlichen Psyche finden. Ihre Geschichte, zwischen Fakten und Fiktion oszillierend, bleibt ein fesselndes Mysterium, das Generationen überdauert. Fakten und Fakten und Fokten Fakten und Fakten und Fakten Fakten und Fakten untertitelung